Moin moin und willkommen zurück zu Hollow Knight und mittlerweile ist mir wieder eingefallen, was ich eigentlich machen wollte, bevor Hornet mich wiederum davon abgebracht hatte. Und zwar wollte ich sagen, dass ich nämlich hier in den nächsten Tagen gar keine Videos nämlich hätte raushauen können, weil ich nämlich hier in dem Raum, wo ich gerade bin, endlich mal weitermachen wollte, den ganzen Mist hier rauszuschmeißen, den ich gar nicht mehr haben will, den Boden zu erneuern und was weiß ich noch mal alles. Und ja, ich bin mir ein bisschen später eingefallen, ne? Super. Hätte ich vielleicht mal früher sagen sollen. Ja, okay, Hornet kam dazwischen leider. Sollte ich vielleicht aber vielleicht das nächste Mal dran denken, noch irgendwie dann das vorher zu sagen oder beziehungsweise irgendwie zu sorgen, dass ich mehr Videos zur Verfügung stehen habe. Weil eigentlich dachte ich, ich hätte noch ein Video, aber das war wohl nicht der Fall. Sonst hätte ich jetzt nicht drei Tage, sondern nur zwei Tage einen Ausfall gehabt. Naja, was soll's. Ich würde jetzt mal sagen, ich gehe zum Bierennest und danach versuche ich mal zurück zum Dunkverteidiger zu gehen, weil ich habe auf der Map gesehen, dass es da noch einen zweiten Boss gibt, allen Anschein nach. Und danach gehe ich mal hoffentlich zur nächsten Träumerin und dann Richtung Königinnengärten, um dort mein erstes Teil von der Königsseele abzuholen. Ich habe aber das Gefühl, dass das, was ich jetzt geplant habe, nicht innerhalb einer Aufnahme passieren wird. Ja, besonders wegen dem komischen zweiten Boss beim Dunkverteidiger. Das soll ein Traumboss sein. Und man hat ja schon gesehen, wie das beim letzten Traumboss war, ne? Das war nicht gerade gut. Hab ich hier meinen Eingang gerade gefunden? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Der Schwarm. Supi. Offenbar hat wohl dieser Schwarm hier wohl mehrere Eingänge. Das ist ja nett. Kann ich kaputt machen? Jo. Übrigens, ich kann jetzt schneller angreifen. Ich habe mir mal nämlich dieses olle Talisman reingeholt. Das ist ein dicker Typ. Okay. Der hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel Honig gefuttert. Ja, ich habe mir diesen einen Talisman da reingeholt und ich kann ihn schneller angreifen. Problem ist nur allerdings jetzt, ich kriege keine Gesundheit mehr, wenn ich mich treffen lasse. Ähm. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht von Nachteil. Ich meine, so oft, wie ich durch irgendwas hier verrecken tue, beziehungsweise getroffen werde, ne? Es ist wahrscheinlich nicht unbedingt von Vorteil, dann nicht irgendwie das da drin zu haben. Mann, die blöde Sumse da oben. Ich wollte eigentlich... Okay, links ist ja gar nichts. Hat sich ja gar nicht lohnt, hier zu kommen. Na, was soll's? Aber wenn ich das richtig gesehen habe auf der Map, dann soll es dir wahrscheinlich zwei Raupen geben. Einen Talisman und so einen komischen Baum mit den Essenzen. Was gar nicht mal so schlecht ist, denn die Essenzen brauche ich sowieso. Was dieser komische Talisman macht? Kein Schimmer. Gebt mir die ganze Kohle. Was ist da unten? Irgendwie erwarte ich hier, dass da irgendwo so eine Art See aus Honig ist. Kannst man doch eigentlich erwarten, ne? Ich meine, hier ist man in einem Bienennest. Überall ist Honig. Zumindest könnte man das... Hallo, dicke Sumse. Okay. Ja, du hast ein großes Maul. Du hast einen großen schönen Stachel. Okay. Hält denn? Ach, du bohrst auch noch dich in den Boden rein. Okay, das ist ja sehr toll zu sehen. Da sehe ich eine Bank. Ich glaube, ich weiß ungefähr, wo ich bin. Ja. Meins? Kannst du mir mal die Karte kurz zeigen? Ah ja, ich bin hier unten. Ich glaube, etwas weiter über mir müsste irgendwo eine Raube sein. Und irgendwo weiter rechts müsste, glaube ich, der Talisman sein. Aber ich glaube, hier gibt es gar keine Bosse oder so. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein kleines... Das ist, glaube ich, einfach nur so ein kleiner... Super. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich einfach nur so ein kleines... Das ist, glaube ich, einfach nur so ein kleiner Bereich irgendwie, der... Ja, weiß ich nicht, so ein bisschen interessant auf mir aussieht. Aber mehr, glaube ich, nicht. Zumindest habe ich auf der Map nicht irgendwie Bosse gesehen. Sag mal, bleibst du mal hier, du dicker Sumo-Ringer? Sieht aus wie irgend so ein Teilchen oder so. Ah, da ist ja der Baum. Soll ich das jetzt schon machen? Äh, hallo, dicker Sumo-Ringer. Komm mal hier zu dem Dicken hin. Kannst du den ausspießen? Dann halt nicht. Hab keinen Bock auf Akkupunktur. Ah, ich mach das einfach jetzt. Ja, natürlich sind die alle großartig oben. Na klar, die sind alle oben. Oder sind die einfach nur hier irgendwo, wo ich jetzt sowieso hätte lang gehen müssen? Scheint wohl gerade so. Ah, wie praktisch. Da muss ich ja den Weg nicht zweimal laufen. Hallo, Sumse. Kann mal jemand Ben da anrufen? Hier ist eine dicke Sumse. Die muss beleidigt werden. Okay, ich hau lieber ab. Ich hau... Okay, du bist schon mal weg. Das ist sehr, sehr schön. Juti, zwei Sumsen weniger. Das ist der falsche Knopf. Ich wollte mich eigentlich heilen. Mittlerweile weiß ich schon die Tasten nicht mehr. Cool. Ich glaub, das... Ja, das war der letzte. Cool. Dann wieder nach unten und den Baum ankloppen wieder einmal. Na, was sagst du? Hat gesottener Stamm. Vertrautes Licht. Männisch? Nope. Ah. Ich frag mich, was das heißen soll. Das ist teilweise irgendwie so kryptisch alles. Also da kriegst du irgendwelche Informationen, aber dann kannst du trotzdem nicht irgendwie großartig was damit anfangen. Boah, das ist so schön, irgendwie so schnell angreifen zu können. Wesentlich besser. Hoffentlich lohnt sich das auch dafür quasi, nichts mehr anderes irgendwie drin zu haben zu können. Weil wie gesagt, ich krieg ja jetzt keine Seelen mehr dadurch, dass ich Schaden kriege. Hm. Nicht davon nachteilig, ne? Wo bin ich jetzt gerade? Ah, okay. Ich bin da oben erst. Da ist ne noch dickere Sumse. Ja, klar. Du machst direkt mit dem Kopf gegen die Wand, wa? Klar. Du bist ein dicker Flummi, wa? Bäh. Äh. Was? Wie? Das ging kaputt. Ciao. Ähm. Ja. Toll. Rechts und links ein Stachel. Ja, komm runter. Okay. Das war ein bisschen überhaupt. Das hab ich jetzt nicht erwartet. Nö, tschüss. Kommt die verdammte Sumse mal eben durch den Gang. Kommst du auch durch den Gang? Äh, komm. Du bist mir gerade egal. Ja, ich hab wieder so'n dicker Flummi. Döhe. Ne, ich geh da lang. Oder auch nicht. Ich geh wieder weg. Äh, tschüss. Ciao. Ich will nur mein Tarnis-Mann abholen, ja? Ich, ich muss gerade mal eben durch. Ich bin, ich bin... Oh, okay. Äh. Ne, he, he. Es ist... Nein, 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 nein. Ich will hier nicht verrecken. Ich will hier nicht verrecken. Ich will hier nicht verrecken. Ja, komm schon. Badat. Ich bin der schlechteste Torero ever. Ach, nee. So, geht doch. Die ganze Bienen wieder auseinandergenommen. Geil. Gott, hier gibt's aber echt wirklich verdammt viele Bienen. Ja, was soll ich auch erwarten? Bis auf ein Bienennest. Müsste ich nicht langsam mal am Talisman ankommen? Tachchen, wieder einmal eine olle Sumse. Oh, da unten ist noch so ein komisches Ding. Geh auf vorkommen. Na, komm, Bruder. Hallo, das Ding. Ich hab übrigens gesehen, dass die, wenn sie sterben, hier, äh, kleine Bienen von sich freilassen. Hä? 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 Was? Ich dachte, du wärst tot. Aber kommst du mal her? Geht doch. Ach ja, stimmt ja. Ihr olden kleinen Bienen, die muss ich nicht auch weg. Muss ich nicht hier irgendwo lang? Äh. Hä? Oder ist es irgendwo unter mir? Äh, schon wieder so eine dicke Sumse. Okay, hallo, Tachchen, Nest. Ich hab grad ein Problem. Hier sind so... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Ja, klar. Springen in mich rein. Wo ist das Insekten-Spray, wenn man's mal braucht? Äh, diesmal nicht denselben Fehler machen. Wo ist mein Schatten? Der war irgendwo hier unten. Leiser, ja. Und diesmal alles schön auseinander kloppen. Und möglichst nicht selber sterben wie dabei. Sackt er und kriegt trotzdem Schaden. Näh. Ja, komm her. Hau ab. Hau ab, weg. Verdammt. Gott, diese Riesen-Sumse. Häh, nein. Hintermuster-Talisman sein, oder? Schätze ich zumindest mal. Ich mein, dann so gut geschützt. Das ist ja auch durch die ganzen Wände. Und das da hinten ist, glaube ich, die Königin, oder? Ist das ein Boss? Oh, hi. Jetzt zum Geiler bist du. Vesper. Die Schwarmkönigin. Ah ja, Schwarmkönigin. Wir sind ja nicht zufälligerweise bei den Zerg, oder? Kleines Wesen. Ich kenne deine Art. Wenn du versuchst, deine Vergangenheit zu entschlüsseln, wisse, ich bin nicht die Königin, die du suchst. Es sind die bleichen Wesen, die die Schuld an dein Schicksal tragen. Auch wenn dieser Schwarm innerhalb von Heilandsnest existiert, so haben wir doch keinen Anteil an seinen Bestreben vorzudauern. Okay. Es ist närrisch, sich gegen die Natur aufzulehnen. Alles und jeder muss ein Ende in Kauf nehmen. Ja, kann ich dich hier mitnehmen? Okay, ich hab jetzt keine Ahnung, wie viel du mir gegeben hast. Anscheinend nur ein Punkt. Gut. Was macht die dicke Sumse da hinten? Guckt ihr einfach nur doof in der Gegend rum? Das ist die Dekoration, wie eine Zimmerpalme. Oh, an Anschein nach, ja. Gut. Ist das das Item? Ja, Schwarmblut. Was macht das? Ich hab keinen Schimmer. Goldene Klumpen von kostbarem, gehärtetem Nektar des Schwarms. Haltet die Wunden des Trägers mit der Zeit und ermöglicht es so die Wiederbeherstellung von Gesundheit ohne die Fokussierung von Seele. Das hört sich gut an, kostet allerdings vier Sockel. Und so viele habe ich gerade mal zur Verfügung stehend. Und ich brauche aber meinen Kompass und meinen schnelleren Angriff. Und wahrscheinlich ist wiederum das Raupenlied oder wie auch immer das Teil jetzt hieß, wesentlich besser. Ich meine, damit kann ich mich wesentlich schneller heilen, als mit diesem komischen Schwarmblutgedöns. Lebst du jetzt? Offensichtlich nicht. Okay. Schau zu mal, Palme. Oh, ein Fragment. Stimmt, da war ja auch noch was. Da war ja auch ein Fragment in der Gegend einmal rumfliegen gewesen, damit ich meine Gesundheit erhöhen könnte. Wo bin ich hier lang? Ist hier einer der Raupen? Oder ist das nur eine Abkürzung? Ah, scheint eine Abkürzung zu sein. Okay, cool. Dann sollte ich mal langsam mal hier den Weg hier raussuchen irgendwie, ne? Sag mal, ich kann hier... Ich will die ganze Zeit an der Wand hängenbleiben und kann es nicht irgendwie. Gott, diese verdammten Gummiball-Bienen. Alter! Hab ich eine Zielscheibe im Gesicht oder was ist los? Gott, lass mich hier bloß weg. Alter! Oh hey, vorkommen. Ich sollte langsam auch mal wieder zurückgehen zum, ähm... Zu irgendeinem Händler. Damit ich quasi mal Dingensbums hier meinen Stellfokus holen kann. Das war bei Salubra, oder? Ich glaub, bei Salubra war das Ding. Guck mal, hier ist gar kein Ausgang? Echt jetzt? Ja, super, aber dafür ist da oben ein Ausgang. Na toll, den darf ich suchen. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Wo genau bin ich? Ich bin da oben? Okay. Kristalle, Säure... Okay, da komm ich, glaub ich, jetzt nicht wirklich vorbei, oder? Hab ich da oben grad jemanden gesehen? Ich bin da grad an irgendwas vorbeigerast, ich weiß nicht, was... War da was? Achso, das war ein Gegner, aber da ist gleichzeitig auch irgendein Gang. Okay. Da komm ich aber nicht hin, ohne dass ich da dieses komische Item habe, wo ich auch in der Säure herumlatschen kann. Wo zum Geier bin ich hier? Ach, ich bin bei den Wasserwegen. Wasserwegen, nein, wo die ganzen komischen Scheiß-Egel-Viecher sind. Okay, das ist ja, ähm... Hm, will ich hier überhaupt sein? Ich bin mir grad nicht sicher. Eigentlich will ich hier schauen, gerade zum Dumpverteidiger zu kommen. Wo war der Typ? Oh, hi. Ich hab mich hier unten nicht erwartet. Wo war eigentlich der Dumpverteidiger nochmal? Aber kann ich mir die Map mal ganz kurz groß angucken? Wo ist denn die Map? Da ist die Map. Ich muss, glaub ich, hier hin, oder? Bosse kann man, glaub ich, hier gar nicht sehen auf der Karte, oder? Ach, verdammt, da kann ich ja... Super. Da kann ich mir hier dumm und dämlich jetzt gucken. Wo bin ich überhaupt? Ich bin da unten gerade, okay. Wo war der Dumpverteidiger? Wo zum Geier war der? Ich hab absolut keine Ahnung mehr. Da müsste ich gerade raus tappen, damit ich dann wirklich die Karte... Ich müsste gerade raus tappen, damit ich die Karte sehen kann, die komplett mit allem bestückt ist. Verdammt. Mach ich einfach mal eben.